Hallo und herzlich willkommen, ich rutsche mal ein Stück rüber, dass wir die ganze Siedlung im Blick haben. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Let's Play am fünften Tag unserer kleinen Siedlung hier bei Forge of Empire, der kulturellen Siedlung der Wikinger, die wir auf den Namen Wotan getauft haben, zu Ehren des germanischen Gottes. Aber Wotan hat uns bisher noch nicht viel beglückt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das vielleicht dazu und ich glaube, ups, die brauchen noch ein paar Minuten, was ganz gut ist. Euch stelle ich mal auf eine Stunde dann. Aber, ja, also vielleicht ja jetzt, was jetzt auch ein bisschen hinfällig ist, denn ich zeige euch mal in der Entwicklung, wir haben im Grunde genommen schon alle Güter zusammen und ich habe trotzdem nochmal eine 4 Stunden Produktion angestellt, also ich habe nicht umgebaut sofort, was ein wenig daran liegt, dass ich zu dem Zeitpunkt erst einmal wenig Zeit hatte, also heute war mein Tag doch ein wenig durchwachsen, würde ich mal sagen. Und, ja, ich hätte noch umbauen können zwischendrin, aber dann hättet ihr, das hätte ich nicht aufnehmen können. Und deshalb habe ich gesagt, okay, lieber das Ganze aufnehmen, das war ja mein Versprechen an euch, ein bisschen Puffer haben wir nach hinten raus, also habe ich nach hinten raus mit dieser Strategie und letztendlich kostet mich das Ganze jetzt hier, naja, so circa 4 Stunden, muss man einfach mal dazu sagen. Also vor 4 Stunden wären wir fertig gewesen und jetzt hätten wir mit dem Umbaustart beginnen können. So verzögert sich das Ganze um weitere 4 Stunden. Aber meine Rechnung von gestern war sowieso irgendwie ein bisschen optimistisch, dass ich heute hier schon alles fertig bekommen würde, das wäre sowieso nicht der Fall gewesen. Aber sei es drum. Ja, das ist jetzt so, wie es ist und damit muss ich leben oder damit müssen wir leben, eher ich als ihr, das ist nun mal so. Trotzdem möchte ich euch ja gerne daran teilhaben lassen und so meine Strategie aufgeht, die ich habe und so das Ganze hier läuft, ist das auch nicht weiter tragisch. Ihr seht, dafür haben wir ganz schön viel Kupfer eingesammelt. Das ist ja auch nett, also so viel Kupfer zu haben. Und ja, Strategie ist jetzt also zu warten, bis die beiden fertig sind. Eigentlich dachte ich, die sind mit denen hier fertig, aber anscheinend nicht. Zwei Minuten haben wir noch. Und dann geht das auch schon los. Dann werde ich die beiden abreißen. Also die beiden Axtschmieden hier. Dann haben wir zehn Äxte zu viel. Und bei meinem Schicksal, wie gesagt, bekommen wir jetzt eine Vervierfachung. Dann haben wir halt ein paar Äxte schon mal drin. Es ist ja nicht so, dass diese Äxte jetzt hier an der Stelle verschwendet sind. Also ich mache jetzt ja gerade aktuell kein Minus mit diesen Äxten. Es dauert halt nur länger, weil, wie gesagt, richtig rentabel wird so eine Stadt erst, wenn man vier Produktionsstätten wirklich zum Laufen, Güterproduktionsstätten zum Laufen gebracht hat. Die 10.000 Kupfer sind ein schönes Polster. Damit kann ich auch ein bisschen arbeiten. Und alles, was am Ende drüber bleibt, das können wir dann am Ende schneller einsetzen. Das zeige ich euch dann, wie das Ganze geht. Also seid jetzt nicht traurig, wenn man schon zu viel Kupfer hat. Also man könnte jetzt natürlich dann effizienterweise das Ganze ein bisschen, ja, ja, so. Man könnte also noch eine Produktionsstätte hier zusätzlich aufbauen und die schon schneller bewegen. Deswegen, aber, also bei extrem aggressivem Gameplay, aber bei extrem aggressivem Gameplay hätte ich die drei Hütten und die drei Hütten auch schon ersetzt. Gegen eine von den Hütten-Schuppen gegen Hütten. Also die drei Schuppen und die drei Schuppen hätte ich gegen eine Hütte ersetzt. Das werde ich dann machen, das werden wir heute sogar noch machen. Also so ist es nicht im zweiten Teil dann. Also wenn die beiden fertig produziert sind, in vier Stunden dann, äh, in fünf Stunden. Und, ja, jetzt werdet auch ihr fertig, ne, ist alles ganz gut. Es wird immer mehr, komm her, du Kupfer. Ja, das ist, ähm, jetzt haben wir schon 11.000. Aber wie gesagt, ähm, dieses Polster, das ich hier habe, wird sich dann auch teilweise im Laufe der Zeit wieder ein bisschen schmälern. Und, ähm, am Ende hat man definitiv nicht so viel. So, jetzt schauen wir mal, ob Wotan es diesmal gut mit uns meint. Nein. Und auch nicht. Also, ihr seht, ähm, bisher sind dieses, ist dieses 6% Schicksal, äh, nicht besonders schicksalhaft gewesen. Okay, wir brauchen noch definitiv Runensteine. Runensteine, denn wir brauchen ja jetzt noch, um, äh, für die Freischaltung die nötige Diplomatie. Das ist jetzt ein kleines Geklicke, die Dinger aufzubauen. Genau an die Stelle, an der eben noch die Dings standen. Und, ähm, das sind dann insgesamt 3 mal 6, also 18. Und ich hatte, glaube ich, gerechnet, dass wir 17 brauchen, die wir dann auch sofort wieder abreißen, sobald, ähm, wir die Freischaltung erreicht haben. Ja, das gäbe es vielleicht dazu zu sagen. Und ansonsten, ähm, ja, klick, klick, klick. Das ist jetzt ein wenig, naja, okay, ja. Aber, was ich auch denke ist, es wird immer mal, also deshalb rechne ich auch gern mit einem gewissen Puffer, also ihr solltet jetzt nicht auf harter Linie fahren. Das wird nochmal interessant, wenn man dann am Ende nur noch 8 Tage Zeit hat, also das, dann müssten, hätten wir jetzt nur noch 3 Tage Zeit und müssten definitiv an einer anderen Stelle sein. Das heißt, ähm, das wird dann nicht anders gehen. So, während ihr euch hier aufbaut, schauen wir mal hier. Genau, 100 brauchten wir und das waren 17. Weil 17 mal 6, 10 mal 66, 7 mal 46 sind 102, also sind wir dann insgesamt bei 282, wenn die denn dann fertig sind. Man kann sie natürlich auch mit Diamanten freischalten. Ähm, zu dem Thema Diamanten sage ich noch an anderer Stelle was, also nicht in einem, ähm, da es demnächst, wenn wir dann ausgebaut sind, eigentlich eine sehr lange, sehr ruhige Phase kommt, in der zwar hin und wieder was passieren wird, also wir werden dieses hier freischalten, sobald wir die nötigen Güter haben und wir werden dieses auch freischalten, sobald wir die nötigen Güter haben und dann dieses, sobald wir die nötigen Güter haben. Ähm, und das ist sozusagen das letzte, was wir freischalten werden, was ich schon sagte. So, fertig, da haben wir ihn. Ein wichtiger Meilenstein ist geschafft. Jetzt gehen wir ins Baumenü und verkaufen, 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 verkaufen. Ja, ich werde, also an den Tagen, an denen nichts los ist, werde ich jetzt nicht, äh, mir Themen aus dem Kreuz leiern, aber ich habe noch drei, vier Themen, ähm, vielleicht auf dem Zettel, die ich mit euch besprechen möchte, also auch hier, die jetzt, ähm, ja, die dann einfach noch reinkommen. Und das sind so kleine Themen. So, Bestienjäger, da haben wir den ersten und da haben wir den zweiten. Warum habe ich, äh, hier übrigens die Leute nicht rumlaufen? Ich glaube, das geht, oder irgendwelche Animationen, das liegt einfach daran, äh, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Wenn ihr Lust habt auf Animationen, dann könnt ihr sie anschalten. Ich glaube, hier bei Optionen, ich kann es ja mal machen, Soundeffekte, Musik wollen wir nicht, Gebäude- und Einwohneranimationen und wir können ja auch mal schauen, ob noch Wettereffekte, ob das etwas bringt. Ja, bei Gebäudeanimationen seht ihr, glühen diese fleißig vor sich hin und freuen sich ihres Lebens, ähm, und normalerweise sollten hier auch irgendwie Einwohner langlaufen. Die habe ich, glaube ich, noch nie langlaufen sehen. Ähm, ja, das mache ich, ich bin immer versucht, hier unten das anzuklicken. Ähm, ja, normalerweise bin ich da versucht, ähm, das mache ich aber deshalb aus als Performancegründer. Das Spiel läuft ein bisschen flüssiger, wenn man diese Animation nicht mit drin hat. Und nicht, dass mein Tablet hier zu langsam ist, aber hin und wieder, wenn man sich bei meisten Stellen, zum Beispiel bei der, in der Hauptstadt, beim Freunde durchklicken oder so, dann, ähm, ist es, läuft es nicht immer ganz, ähm, rogelfrei, ähm, was eher an der App liegt als an meinem Tablet, glaube ich. Wobei ich jetzt den App-Designern jetzt keinen Vorwurf machen will. Das ist halt einfach, ich glaube, die Technik, äh, äh, ja, geht ja so schnell voran. Vielleicht kommt es nochmal irgendwann. Okay. Also, an dieser Stelle lege ich jetzt also eine noch 58 Minuten und 28 Sekündige Pause ein. Und wenn wir die dann fertig haben, dann starte ich das, beziehungsweise die Pause wird jetzt für uns, euch und mich, 5 Stunden dauern. Denn ich glaube nicht, dass ihr unbedingt sehen wollt, wie ich das hier auf 4 Stunden anstecke. Vielleicht meint es Wotan ja dann in 5 Stunden gut mit uns und wir bekommen dann endlich mal das Plus 4. Man weiß es nicht. Jetzt zumindest eine Stunde läuft der Laden hier, läuft der Aufbau und dann 4 Stunden. Und mit den 4 Stunden haben wir dann schon 10 Hörner. Und das bedeutet in der Freistaltung, wir können 2 Felder freischalten, was dann diese beiden sein werden. Und dann fehlen uns hierfür noch 12 und hierfür noch 21. Die 3 bekommen wir daraus, also noch 30, ja, genau, noch 30, äh, Hörner. Die werde ich dann produzieren. Erst einmal werde ich dann, wenn wir die beiden freigeschalten haben, äh, heute Abend werde ich die auch noch, werde ich mit denen auch noch mit dem Umbau beginnen. Also heute ist ein Umbaulastiger Tag. Wie gesagt, ich dachte, man hätte das jetzt schon im Laufe des Tages realisieren können. Aber, ja, so habt ihr ja dann nichts davon. Also, deshalb wird vielleicht sogar wieder ein mehrteiliges Video drauf, so wie ich jetzt schon wieder am plappern bin. Gut, das ist es für heute. Klingt ein bisschen spannungslos, oder? Wir werden schauen, wird er es noch schaffen oder nicht? Denn immerhin hat er heute wieder 4 Stunden verloren, plus das, was heute Nacht drauf ging. Also wir liegen jetzt 6 Stunden hinter einer ultra-aggressiven, ähm, Bauweise, Planweise zurück hier. Aber, dem ist nun mal so. Also, wir werden sozusagen 6 Stunden später, wenn ich jetzt noch insgesamt, hätten wir jetzt schon 8 Stunden rausholen können, gegenüber dem jetzigen Dings, wenn ich alles zusammenzähle, vielleicht 8 Stunden bei aggressiven Gameplay, die ich noch mehr hätte. Also, aber, was soll der Geiz? Okay, wir haben noch genug Pufferzone. Wir müssen das hier nicht in 8 Tagen fertig schaffen. Und, vielleicht ist es das, was ich erzähle, ich habe noch genug Puffer, dass es das ein wenig langweiliger macht. Aber gut, ich möchte euch ja zeigen, wie man das Ganze schaffen kann. Ja, und, wenn ihr sagt, okay, den Step hier will ich überspringen, ich denke mal auch, also, ich habe ja meine, meine Testvideos, und die schaue ich doch hin und wieder nochmal rein an entscheidenden Stellen, an denen ich mich dann frage, wie wir jetzt weitermachen. Also, was jetzt hier ausbauen und sonst solche Geschichten. Und, da stelle ich dann immer wieder fest, dass ich mich manchmal durch die Videos einfach nur durchklicke, um kurz zu sehen, wie hat er sich aufgestellt. Also, wie ist sozusagen hier das und wie ist das und wie ist das und was hat er für Gebäude und so. Manchmal ist es dann schade, weil ich dann denke, so, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Das wird dann da nicht so ganz erklärt. Ja, wenn ihr solche Fragen habt, zu gewissen Detailsachen hier, dann sagt Bescheid. Ja, ansonsten muss ich halt auch immer sagen, meine Testwelt sah ganz anders aus als die hier, was eben einfach daran liegt, dass diese Steine an einer anderen Stelle waren. Sie waren in dem Rechteck, das ich gemacht habe, mit dabei, sage ich dazu, aber sie waren in diesem Rechteck eben wirklich auch nur an anderer Stelle. Da, ich will nicht sagen vorteilhafter, das waren sie nicht. Es waren auch ungefähr vier Stück, die irgendwie kamen, da war, glaube ich, hier hinten in der Ecke eins und da waren noch zwei oder so oder hier oben. Das, ja, das passiert, da hatte ich, glaube ich, in der Mitte mal keins, aber dem ist so, ja. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es heißt, umbauen, juhu. Also, für mich in fünf Stunden, für euch dann gleich.